Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Das ist ein Schütter! 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 Duw Fallen! Das ist ein Schütter! Das sind ein Schütter! Als wir zur Högtabe der Haagse B-Requemen mit den letzten Schärmutselingen haben die vier koplopers und die achtepolgen auf eine halve minuut Die will Oostlanders hier, das wird durch die 2e positioniert. Oostlanders in den Kopf, Oostlanders in den Kopf. Sander Oostlander, dann wird hier Kreden kommen. Oostlander gibt es noch nicht gewonnen, ja gibt es jetzt noch nicht gewonnen. Hier ist eine Angewinnung von Ramelbak, von Wesley Kreden. Oostlander 2. Mooie Sprint, mooie Sprint, mooie Sprint. Ich bleibe ab. Ich bleibe ab, aber ich würde sagen, dass Raymond Kreden ist. Ich denke, officiell ist Raymond Kreden 3. Und das ist officiell. 1, 2, 3, bekannt. Mooie Sprint rechtstool, rechte line, mannen, rechte line. 1, 2, 3, Wesley Kreden, Sander Oostlander, und Raymond Kreden. Janne Mischines von der Brannery Breda Classic.